2011 FENÜ Plus, das neue Nachhaltigkeitsprogramm der europäischen PVC-Industrie, wird vorgestellt. Unser Ziel, Verbesserung der Herstellung und Verarbeitung von PVC, zum Vorteil für unsere Umwelt und Gesellschaft, auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Mit dem neuen Programm erreichen die Nachhaltigkeitsbemühungen der Branche eine neue Stufe. Unsere Ziele sind ehrgeiziger, unsere Verpflichtungen weitgehender. Das Ziel von Vinyl Plus ist die Verringerung von Emissionen und die Minimierung der Klimabelastung durch die PVC-Industrie. Dies erreichen wir auch durch die nachhaltige Verwendung von Zusatzstoffen und die Förderung des Nachhaltigkeitsbewusstseins. Vinyl Plus wird nicht nur von denen getragen, die unsere Wertschöpfungskette vertreten, sondern auch von Recyclingunternehmen, vom Handel, von Planern und Markeninhabern und vielen Endbenutzern, die eine größere Nachhaltigkeit von PVC unterstützen wollen. Unser wichtigstes Ziel ist das Recycling von 800.000 Tonnen PVC bis zum Jahr 2020. Um dies erreichen zu können, müssen alle Teile der Wertschöpfungskette eng zusammenarbeiten. Durch ihre Partnerschaft mit Vinyl Plus können Unternehmen ihre soziale Verantwortung und ihr Bekenntnis zu nachhaltigen Wirtschaften demonstrieren. Gleichzeitig werden sie Teil eines dynamischen Unternehmensnetzwerks mit den führenden Unternehmen der Branche. Weitere Informationen über die spannende Reise zu mehr Nachhaltigkeit und wie sie die Industrie dabei begleiten können, erhalten sie unter vinylplus.eu. Wir sind einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Wir sind mit Aus